Yo Till, Yo, Movitz. Felix hier. Ich wollte nur sagen, ich kann, ich kann leider, ich kann nicht kommen, so. Ich habe hier gerade echt einen Notfall, ich sitze hier gerade im Krankenhaus und ja, ich nehme auch noch einen. Ich nehme auch noch einen, danke. Ich bin hier gerade im Krankenhaus, hier ist irgendwie, ich kann, es ist krass schlimm, was hier gerade passiert ist und ich kann da gar nicht drüber reden, aber ja, einen. Ja, ja. Und ja, sorry, also ich hoffe, dass ich schnell wieder fit werde so und dass ihr es irgendwie hinkriegt, aber ich bin, ist ein Notfall, ist ein Notfall. Ja, schade. Ich hätte Bock gehabt, dass er kommt. Ja. Weil ich dieses, er hat dieses Buch geschrieben, ne? Ja. Sonne und Beton. So, und das geht über seine Kindheit, das handelt von seiner Kindheit oder so eine abgewandelte Art von seiner Kindheit in Neukölln, so Berlin-Neukölln-Style. Genau. So, das wäre geil gewesen, so jemanden zu haben, weil wir sind, wir sind im Grunde genommen zwei Dorfkinder, ne? Ja. Wir sind wohlbehütet aufgewachsen. Ich kann nicht, ich bin wirklich noch mit der Milchkanne zum Bauern gegangen. So sehr Dorf war das bei mir. War das bei dir auch so? Ja, wir hatten keine Milchbauern. Wir waren so in Schleswig-Holstein, da gab es schon lange keine Milchbauern mehr. Es gibt einfach Bauern, aber die sind alle arbeitslos und tun immer noch so, als würden sie arbeiten. Ja. Sieht man jetzt nicht, weil mir gegenüber, du bist halt, du siehst ein bisschen aus wie ein Milchbauer. Mir gegenüber sitzt Till Reiners, gänzlich unbekannter Kabarettist, einer der komischsten Menschen der Welt. Sieht ein bisschen aus wie so ein androgyner Milchbauer, weil da, jetzt komme ich da drauf. Es ist so ein bisschen, wenn man so einen Milchbauern kreuzt mit seiner eigenen Kuh, dann kommt da Till Reiners raus. Ja. Mir gegenüber sitzt Moritz Neumeyer, er ist für was anderes nicht bekannt, nämlich Stand Up. Und ja, weil das so gut läuft, hat er nebenbei noch einen Videoblog, eigentlich um Nazis zu provozieren. So kann man es sagen, oder? Das ist viel meiner Hauptaufgabe im Internet, ja. Ja, ja. Ja, Moritz Neumeyer ist, müsst ihr euch vorstellen, 1,20 Meter groß. Er hat jetzt ein extra Stühlchen bekommen, um ans Mikro ranzureichen. Fast so groß wie eine Milchkuh. Fast so groß wie eine Milchkuh, deswegen fühle ich mich so wohl neben ihm. Und ja, wir wollten einfach ein bisschen plaudern und die Woche Revue passieren lassen. Und, äh. Nee, wie gesagt, ich wollte ja, ich wollte ja, ich wollte ja mit Felix Lobrecht reden darüber, wie es ist, in der Stadt groß geworden zu sein. Weil jetzt du, du wohnst ja jetzt in Berlin sogar, ne? Du hast ja noch ein Gefühl dafür, wie das hier ist. Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht Neukölln. Es ist nicht so rough und krass, ähm, wie Felix, glaub ich, aufgewachsen ist. Ich hab zum Beispiel früher nie, es gab jetzt nie so eine richtige, ich hatte nie das Gefühl, mal auf die Fresse zu bekommen oder Gefahr zu laufen, auf die Fresse zu bekommen oder so vielleicht so zwei, dreimal in meinem Leben. Ich glaub, das war bei Felix anders. Ich glaub, da war das schon ein Tages- oder Wochenprogramm auf jeden Fall. Hattest du sowas? Auf die Fresse? Ja, das liegt aber daran, dass mein, mein Vater ist Sozialpädagoge und war dafür zuständig, diese Härtefälle zu nehmen und dann im Grunde genommen zu entscheiden, gehören die ins Gefängnis oder nicht. Und irgendwann kam raus, ach guck mal, das ist sein Sohn. Vielleicht könnte man sich da ein bisschen daran abreagieren. Und ich war immer schon 1,20 und werde auch nie größer als 1,20. Ja. Und deswegen, das war auch nicht schön. Ich hab dann angefangen und gedacht, ich kann dann so mal so ein bisschen Judo lernen. Und dann hab ich gemerkt, ja, Judo ist auch jetzt nicht das, was dich im Straßenkampf nach vorne bringt, weil du brauchst schon, du brauchst am besten, da hat dir jemand so einen Anzug an und so einen Gürtel, an dem du dich festhältst. Richtig. War selten der Fall, dass mich kleine arabische Jugendliche angegriffen haben in so einem Judo-Outfit. Ja, also ich finde auch so Kampfsportarten, bei denen man sagen muss, nee, das ist gegen die Regeln, das ist nicht gut für die Straße. Ja, so Kickboxen oder so hätte es sein müssen. Aber gab es bei euch sowas? War das so ein Dorf oder so eine Klantin in der Nähe, wo es wirklich so Gruppen gab, die dir aufgelauert haben? Ja, das waren meistens die Klasse überall. Also auch in der Schule wirklich? Ja, in der Schule, also in der Schule, jeden Tag geprügelt auf jeden Fall auf dem Schulhof, in der Grundschule aber noch, bis vierte Klasse. Das sind ja keine Prügeleien, das sind kleine Fäustchen, das ist ja keine Prügeleien. Ja, richtig. Ja, ja, das ist, glaube ich, eine völlig andere Qualität. Ja, das ist ja eher so, oh, er hat mir den Gogo weggenommen. Den was? Den Gogo, ahnst du noch Gogo, das sind diese Figuren, die man dann, nein? Okay. Gogo. 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 Ach ja. Die kleinen Gogos. Ja, es ist nicht so, ich weiß nicht, vielleicht war das in Berlin nicht so der Shit. Ja, ich bin ja erst später nach Berlin gezogen, wie wir alle das so machen. Ich bin ja wirklich am Niederrhein aufgewachsen, nahe der honländischen Grenze, sehr viel flaches Land und ein paar Kühe. Das war's. Viele Maisfelder auch. So, das war, so bin ich aufgewachsen, bis ich 19 war. Aber warum bist du jetzt so gerne in der Stadt? Weil ich meine, gerade Berlin, da wo du wohnst, Neukölln, Cottbusser Tor ist das irgendwo dann in der Nähe, ne? Ja. Das ist ja wirklich Berlin, wie man sich vorstellt, wenn man nicht von da kommt, wie Berlin ist. Und das ist ja der Horror. Ich fand's wunderschön. Es sind viele Leute da, viele verschiedene Leute. Ja, aber wunderschön ist doch auch noch ein Ausdruck für, nee, nee, das ist nicht wunderschön. Heute Morgen an der Bushaltestelle haben sich zwei jugendliche Heroin gespritzt. Meiner Meinung nach war das ungefähr so. Ja, aber das hat ein Zwölfjähriger warmt. Du, aber da wird immer drauf geachtet, dass es eine Kinderdosis ist. Das ist so gestreckt, das ist unheimlich gut. Vielleicht haben die sich nur für eine Mathearbeit vorbereitet. Ja, irgendwie sowas. Einfach, um mal ruhig zu sein. Kannst du eigentlich, Bra? Nein, ich hab eine Spritze dabei. Ich war schon vorhin häufiger mal in Berlin und hab auch tatsächlich, das war meine einzige wirklich kritische Situation in Berlin, in Lichtenberg bin ich rumgelaufen und auf einmal, also es war wirklich wie im Film, sehe ich so eine Gruppe Jugendliche, bestimmt zehn Leute auf mich zulaufen, aber wirklich so als Reihe. Also wirklich so breit in einer Reihe. Ganz absurd. Und dann fragt mich auch der Erste so, ob ich ein Handy hätte oder Zigaretten. Und ich hatte wirklich ausgebeulte Taschen. Man hat gesehen, ich hab ein Handy und ich hab Zigaretten. Und ich ahnte schon, jetzt ist gut, Nein zu sagen. Jetzt besser Nein sagen. Und dann hab ich gesagt, nee, nee, hab ich nicht. Und dann kesselten die mich ein. Und ich hab wirklich, ich hab so Schiss gehabt. Also ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Schiss. Und dann auf einmal sind sie weggelaufen. Und es lag daran, dass der, das war mal neben einem Einkaufscenter und da kam wohl der Wachmann vom Einkaufscenter. Und das ist auch der Respekt am Flößen, wenn da so ein Mitte 50-Jähriger abgeheiflter Ex-Bulle. Ich weiß auch nicht warum. Mit seinem Pfefferspray auf den Platz kommt. Genau. Und zehn Jugendliche meinen, oh nein, der Wolli kommt. Oder wie der Spitzname für ihn in dem Moment war. Ich hab auch gedacht so, hä, wieso haben die denn auf einmal von dem Respekt? Und der hatte nicht, Pfefferspray, der hatte einen Stromschocker. Zeigt der mir den auch direkt? Ohne das würde ich hier nie rumlaufen. Und da hab ich gedacht, okay, das ist also Berlin. Okay. Wahnsinn. Wobei, ganz im Ernst, es ist irgendwie Berlin. Mich überfordert das. Krass. Das ist dieses Klischee. Ich hab Leute immer ausgedacht, die dann meinen, die dann in so eine große Stadt kommen und meinen, oh, das ist jetzt hier, oh, ich komm ja eher vom Land und das überfordert mich. Aber dann hab ich irgendwann gemerkt, mich überfordert das wirklich. Ja. Ich komm wirklich in die Stadt und ich fühl mich wie so ein, ich fühl mich wie so ein, wie so ein Mitte 50-jähriger Dorfvater, der seine Tochter, seine 18-Jährige zum ersten Mal in Berlin besucht und die Hälfte der Zeit panisch seine Frau an der Handtasche umklammert und meint, Bärbel, nicht da lang. Bärbel, die Ecke ist zu dunkel. Das ist mein Gefühl in Berlin. Bleib auf den beleuchteten Wegen. Ja, aber wirklich, ey. Aber ist das wegen der Menschen oder was? Weil das so viele Menschen sind und so teilweise Menschen, wo man weiß, die haben eine Lücke im Lebenslauf. Nee, aber das gibt's ja überall. Das gibt's ja auch in jedem Dorf gibt's diese Leute mittlerweile, die haben so eine Lücke im Leben. Dorf nicht, aber diese Kleinstadtleute, wo du denkst, oh Gott, der ist eine heikere Persönlichkeit. Nee, es ist wirklich, es ist der Verkehr. Der Autobarkehr. Nicht nur im Auto sitzen, sondern wenn ich über eine Straße gehe, ich hab das Gefühl, da ist zwar grün für mich, aber das wird wahrscheinlich nicht respektiert und irgendwann fährt mich tot. Ich hab die konstante Angst, dass ich von einem Linienbus tot gefahren werde und danach noch von dem Busunternehmen verklagt. Weil du dich einfach nicht adäquat verhalten hast. Ja. Das war ein Dorfi, da konnten wir nichts machen. Das ist mein Gefühl, ja, wirklich. Ja, verstehe. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich froh, mal rauszukommen aus dem Dorf. So mit 16, so nach der Pubertät, hatte ich nur noch den dringlichsten Wunsch, rauszukommen aus Geldern. Und ich hab heute noch dieses Gefühl, wenn ich so irgendwo in der Provinz auftrete und du stehst an so einer einsamen Bushaltestelle, wo du weißt, okay, kommt sechsmal am Tag der Bus. Und wenn der Bus nicht kommt, dann wartest du halt zwei Stunden länger. Das ist einfach nicht cool. Da findest du dich irgendwie so abgeschnitten von der Welt. Ja, das dachte ich auch mit 16, bin auch mit 18 weggezogen. Aber ich mein, spätestens so mit Mitte 20 hab ich ja auch entdeckt. Und mein, warum belügst du dich selber? Ich bin kein Stadtmensch. Ich muss nicht. Leute, die immer sagen, aber ich brauch einfach so ein Theater und zwei Cafés in der Nähe und ein Kino und einfach auch hier und da ein bisschen Flair. Ja, so bin ich. Braucht niemand. Kein Mensch braucht das, wenn er glücklich ist. Ja, so bin ich nur. Ich rede dann anders. Also andere Stimmlage. Aber das würde ich tatsächlich sagen. Du bist ja sehr glücklich in Bremen. Du wohnst relativ abgeschieden in Bremen, kann man das so sagen? Ja, noch nicht abgeschieden genug. Der nächste Schritt ist, ich muss raus. Ich will nicht mehr Leute sehen. Bauernhof. Das ist ja mein Traum. Ich will ja wirklich so einen Bauernhof. Ich hab gestern überlegt, ich hab mit meinem Sohn gesprochen. Wir haben so ein Buch angeguckt. Da haben wir besprochen, pass auf, wir holen uns einen Bauernhof und dann haben wir uns zwei Kühe. Dein Sohn ist drei. Noch nicht ganz. So viel kann man nicht mit ihm talken. Mit ihm machst du so Zukunftsentscheidungen oder was? Was hältst du davon? Und dann sagt er, meh. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir machen das, wir machen das so, dass wir das zu dritt entscheiden innerhalb der Familie. Dann musst du eigentlich dieses Kind auf deine Seite ziehen. Und ihm dann sagst, guck mal, eine Kuh. Willst du auch eine Kuh? Ja! Das ist die Hälfte gewonnen, sag ich mal. Und dann gehst du zu deiner Frau und sagst, er will. Ja, was soll ich machen? Haben wir uns nicht versprochen, diesem Kind möglichst eine schöne Zukunft zu bieten? Ah, das ist schön, wenn man Kinder noch manipulieren kann. Wenn man weiß, okay. Das heißt, wenn man das noch kann, das kann man so immer. Meinst du das Leben lang, oder was? Ja, natürlich. Wenn deine Mutter jetzt zu dir kommt und versucht, sie zu manipulieren, schafft sie das. Aber in welche Richtung sollt ihr das machen? Also ich glaube ja, so im Laufe seines Erwachsenwerdens arbeitet man sich an den letzten Manipulationen seiner Eltern immer noch ab. Ja, aber das machst du ja, bis du tot bist. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wenn du jetzt nach Hause fährst, dass du schon, du überhörst das wahrscheinlich, aber dass deine Mutter ein, zwei Kommentare ablässt, über die sie schon seit Monaten nachdenkt und sie denkt, der Till braucht eine Frau. Irgendwie braucht der Till eine Frau, weil ohne das, ich erkenne den gar nicht mehr wieder, wenn der jetzt so, immer so große Augen rennt, in der so viel unterwegs ist, der braucht jemanden, der ihn beschützt. Ja. Und dann wahrscheinlich hat sie immer so ein, zwei Kommentare zwischendurch, die du sogar nicht so wahrnimmst, aber dass sie spricht über, also magst du nicht auch gern Kuchen? Ich habe hier die Susi kennengelernt, ich hatte die Mutter in der Bäckerei. Ja, sowas, die ich versuche zu vermitteln. Ja, ich sage dir das. Guck mal, das ist die Vanessa. Die habe ich hier im Schulabend getroffen. Ihr Vater ist mein Chiropraktiker. Das wäre so schön, wenn sie mich wieder zurück nach Geldern vermittelt, sozusagen. Du in dem Dorf zurück, das wäre der Hammer. Das wäre die Hölle, ich würde mich wirklich erschießen. Warum machst du eigentlich, du bist ja Single, auch immer wieder, ne? Warum läuft das eigentlich so kacke? Ach, was heißt, es läuft kacke? Es läuft halt anders als bei dir. Ja, aber ich könnte das verstehen in Geldern, wo es drei Frauen gibt und von denen fallen zwei raus, weil sie keine Beine haben. Nee, gut, aber das ist ja, in Geldern wird es ja einfacher, sozusagen. In Geldern denkst du, zwei Minuten mal Nachschluss zu machen, weil dann musst du ins Nachbardorf ziehen. Ja, aber Berlin ist doch so, das ist doch so der Markt für so Single-Börse und du kannst in jedem Café deine Traumfrau treffen. Vielleicht kommt sie aus Singapur, vielleicht aus New York. So ist es und das Problem ist, dass auch die Traum-Männer, die Single-Traum-Männer genauso da sind und auf der Gegenseite, das ist das Problem. Ja, Felix Lobreich von so einem Äußeren, ne? Ja. Das ist der Shit. Felix Lobreich sieht sehr gut aus. Ja, vielleicht kann man, wenn man das jetzt gerade hört, einmal googeln, aber der Typ ist ja, der Typ ist ja durchtrainiert wie Arsch. Er ist wirklich durchtrainiert. Das ist ja wirklich krass. Und ich weiß nicht, wann bei ihm der Punkt gekommen ist, wo er sich gedacht hat, ah, ich trainiere noch ein bisschen weiter. Ich war mal drei oder vier Monate im Fitnessstudio, ich habe nichts gemerkt. Ich habe, also... Ja, aber natürlich merkst du das, als würdest du so drei Jahre lang, drei Wochen lang Physik üben und dann merken, so einen Nobelpreis schaffe ich nicht, ich glaube, ich höre auf. Ja, das stimmt. Du hast drei bis vier Monate im Fitnessstudio und nichts gemerkt. Ja, aber ich dachte, irgendwas passiert schon, also wirklich so zweimal die Woche und mir tat immer alles weh und ich habe gedacht, ja gut, aber irgendwann muss sich ja der Schmerz in Sex in der Zone wandeln. Ja, aber bei dir ist es ja erstmal, das ist ja wie so eine riesige Ummantlung, die man erstmal Stück für Stück abtragen muss. Ja, richtig. Das ist ja, als würdest du nach Öl bohren und dann nach 30 Schippen Sand, die du abgetragen hast, sagen, ne, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, genau. So habe ich mich gefühlt. Du bräuchtest so einen Personal Trainer. Das fände ich gut. Vielleicht könntest du Felix Lobreich mal anhauen, dass er dein Personal Trainer wird. Oh ja. Das ist er so mit dir, so jeden Morgens um sechs erstmal ein bisschen in den Park, 18 Kilometer laufen und dann, wie heißt dieses andere, nicht Yoga, sondern dieses mit Pilates. Dann schön Pilates und dann schwimmen. Was ist denn Pilates nochmal? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nur, dass alle, die... Das macht man jetzt, ne? Ja, allen, denen es unangenehm ist zu sagen, ich mache Yoga, machen jetzt Pilates, weil das hat noch ein Gefühl von, oh, guck mal, ganz fernöstlich wahrscheinlich. Oder für Profis Acro-Yoga. Was ist denn Acro-Yoga? Das ist die Abgrenzung von Akrobatik. Das ist dann noch ein bisschen mehr special. Ich dachte gerade, das ist so ein bisschen Acro-Yoga ist so die Kampfsportvariante von Yoga. Ne, das ist Acro-Yoga. Das machen sie in Neukölln sehr häufig. Verprügeln Passanten auf so einer Gummibatte. Heute wieder Acro-Yoga. Machst du überhaupt Sport? Ich gehe jetzt klettern. Du gehst jetzt klettern. Ich gehe jetzt klettern. In Berlin. Bouldern. Bouldern. In der Halle. Ja, irgendwie schon. Tatsächlich. Aber ich habe auch, ich halte mich ja von, ich versuche mich von so Trends fern zu halten. Aber es macht wirklich Spaß. Weil man selber entscheiden kann, wie hoch man klettert. Jetzt zum Beispiel, wenn du Scores spielst mit einem, dann musst du halt schon irgendwie den Satz zu Ende spielen oder so. Oder ich war mal Federball spielen, also Badminton heißt es ja, bei den Profis. Bei den Profis. Ja. Und dann musst du ja irgendwie zwei Gewinnsätze spielen. Und ich war nach dem ersten Satz wirklich schon fertig. Aber du kannst ja nicht sagen, nee, ich höre jetzt auf. Das ist ja auch von den Spielpartnerscheiße. Bei der Wand, die Wand verzeiht. Als Kind damals, war ich auf dem Dorf. Musstest du da im Fußballclub sein, überhaupt Freunde zu finden? Tatsächlich war ich im Fußballclub. Zweimal. Nee, einmal. Also in so einer Schnupperstunde. Also du hast Fußball ungefähr so ernst genommen, wie deine Karriere im Fitnesscenter. Du hast einmal da und hast dann gemerkt, ach mal laufen muss man. Nö, dann gehe ich wieder an den PC. Genau genommen habe ich Fußball zu ernst genommen. Ich hatte damals noch einen Freund. Damals hatte ich noch Freunde. Und ich hatte einen Freund, der ist mit mir zum Fußball gegangen. Und der war aber im gegnerischen Team. Und der hat sich gedacht, Till versteht das alles nicht so richtig. Also verarsche ich ihn. Also hat er gesagt, nee, nee, du musst auf das Tor spielen. Und ich habe ungelogen, das hat mich völlig verwirrt, weil ich habe gedacht, er ist mein Freund. Warum verarscht er mich? Und es kann nicht sein, dass er mich verarscht. Er war nicht mein Freund. Ja, das habe ich später erst verstanden. Und also habe ich auf unser eigenes Tor gespielt. Und ich habe wirklich ein Tor geschossen, ein Eigentor geschossen. Und dann habe ich gedacht, die reagieren alle echt weird. Aber ich meine, mein Freund sagt mir, das ist cool. Ich weiß gar nichts mehr. Ich meine, ich freue mich, die sich hier anders. Genau. Und dann habe ich einfach noch, und das habe ich tatsächlich geschafft, noch auf der anderen Seite ein Tor geschossen. Und weil ich gedacht habe, das ist wenigstens ausgeglichen. Keine Ahnung, wo war ich teuer? Ich bin nie wieder hingegangen. Das war mein Fußballerlebnis. Dann habe ich Leichtathletik gemacht und Tischtennis. Leichtathletik? Ich habe auch Leichtathletik gemacht. Wirklich? Ja, weil ich war, Fußball war ich einmal auch tatsächlich zum Zugang, habe gemerkt, nee, das ist nicht. Das sind ja alles, ich wusste mit acht schon, das sind Menschen, die sind zu dumm, um ein Stück Brot zu schneiden. Mit diesen Leuten möchte ich so wenig zu tun haben wie möglich. Dann habe ich lieber keine Freunde. Beim Leichtathletik? Und das habe ich dann auch gemacht. Nee, beim Fußball. Ach so. Leichtathletik, das waren so die Gymnasiasten. Menschen, die nach der Hallenhockey-Partie nochmal ein bisschen auf die Sprintbahn gelaufen sind. Das war mehr mein Ding, ja. Ja, heute bereue ich kein Ruderer geworden zu sein. Ich glaube, Ruder richtig gut. So, nachher ist man noch im Vereinsheim und so und bequatscht die nächsten Karriereschritte. Ja, oder? Ruderer ist immer so ein krasser Reichen-Sport. Ja, von so Cambridge. So Polo, Rudern und Golf. Golf würde ich wirklich gerne spielen. Warum? Ja, es ist so bewegungsresistent. Du gehst da, du gehst viel spazieren, dann klopfst du auf so ein kleines Ding und dann gehst du wieder viel spazieren und parallel beredest du, wie du die neue Filiale in Singapur eröffnest. Ja, oder wen man entlässt. Ich bin vollkommen fertig, Moritz, wirklich. Wir sind um sieben aufgestanden. Du bist das nicht gewohnt, ne? Ich bin das nicht gewohnt. Du bist das ja gewohnt, du hast ja ein Kind. Ja. So, und das steht auch manchmal um fünf auf und dann musst du da sein. Ja, was heißt da sein? Also du musst halt aufpassen, dass er sich nicht irgendwie umbringt. Ja, also einfach ihn festhalten, das ist deine Aufgabe vor allem. Du kannst da einfach, du brauchst ihn gar nicht festhalten, du kannst da einfach irgendwas finden, was ihn festhält. Ich bin da sehr, mittlerweile bin ich sehr bei Panzertape. Gibt sehr gute Ideen, wie man die in verschiedenen Positionen festbinden kann. Ich bin froh, dass du weg bist vom Schraubstock. Von was? Vom Schraubstock. Dass du da nochmal eine andere Lösung gefunden hast. Ja, weil Schraubstock ist auch, würde jetzt so weit, das technisch zu erläutern, aber ja, es ist sehr aufwendig auch. Also nimmt da sehr viel Platz in der Wohnung weg. War so eine Rolle der Panzertape, kannst du überall mit hinnehmen. Hast du das Gefühl, dass du erwachsener geworden bist durch Vater sein? Ja, krass. Was heißt das? Was heißt Erwachsensein? Ich habe erstens, ich habe auch so ganz, ich habe so ganz komische Definitionen von Erwachsensein. Letztens war ich alleine im Hotel und da habe ich eigentlich schon im Bett gelegen und bin nochmal aufgestanden, um mir die Zähne zu putzen. Habe mich im Spiegelbild gesehen und meinte laut tatsächlich zu mir, Gott, bist du erwachsen geworden? Das war meine Definition von, ich bin erwachsen geworden. Weil du dir selber die Zähne geputzt hast. Ja, weil ich nochmal aufgestanden bin, um mir die Zähne zu putzen. Ich muss dir aber wirklich ein Kompliment machen. Ich habe das jetzt wenig gemerkt, dass du jetzt so eine komische Erwachsenenattitüde hast. Also ich finde das ja eher ein Schimpfwort. Ich lege die auch ab, wenn ich nicht zu Hause bin. Zu Hause bin ich, also ich meine, erwachsen werden, was heißt das? Erstens, ich muss Verantwortung übernehmen, weil sowas wie, ich habe mich früher nicht versichert und dann gab es ein halbes Jahr lang, habe ich Rechnung bekommen und dann habe ich sie einfach nicht aufgemacht. Ja. Und dann irgendwann musste ich Geld zusammenkratzen. Das geht halt nicht mehr. Ich muss die Briefe öffnen, ich muss sie beantworten. Also du bist ein Mensch geworden, du bist nicht erwachsen geworden, du bist ein Mensch geworden. Das ist viel, was ich mache, ja. Nee, aber ich merke, klar, man merkt das ja irgendwie schon. Du hast halt Verantwortung für ein anderes menschliches Leben. Genau, das finde ich auch krass, aber das finde ich okay. Okay, aber was ich meine mit Erwachsenenattitüde ist so, und das kommt wahrscheinlich auch mit Kindern so ein bisschen, so diese Annahme, dass man immer Recht hat und nicht, dass das nur eine Vermutung ist. Und man kann jetzt für ein Kind nicht sagen so, ja, okay, das musst du jetzt so oder so entscheiden. Also der weiß halt, letzter Schluss ist es jetzt auch nicht, aber ich würde jetzt mal dreimal am Tag die Zähne putzen. Sondern du sagst so, nein, wir putzen dreimal am Tag die Zähne, wir machen das, wir machen das, wir machen das. So, aber manchmal färbt das dann ab auf andere, so Leute, die dann glauben zu wissen, was so die Wahrheit ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, vor allem Menschen gegenüber, die keine Kinder haben. Ja, genau. Ja, das hat mich immer schon selber angekotzt, deswegen versuche ich das nicht zu machen. Ich habe doch immer schon gehasst, wenn Menschen von ihren Kindern erzählt haben. Ja. Deswegen mache ich das auch nicht. Sobald nicht, solange nicht jemand nachfragt und sagt, oh, wie geht's von diesem Kind, würde ich dir nie was von meinem Kind erzählen. Ja. Weil das geht dich nichts an, weil das auch relativ komisch ist, wenn du zu viel Interesse an einem Zweijährigen hast, weil das gehört ins Gefängnis gesteckt, solche Menschen. Ja. Das finde ich aber auch komisch, wenn man nachfragt, wie geht's dem Kind und du sagst, das geht dich nichts an. Das Gefängnis-Ding ist immer dabei. Das geht dich gar nichts an. Ja. Nein, ich weiß ja schon, was du meinst. Also man wird für sich selber Erwachsener. Ja. Und ich werde auch in dem, was ich auf der Bühne mache, Erwachsener. Ja. Aber sonst, nee, sonst eigentlich nicht. Außerdem ist es ja auch so, dass du musst ja zu Hause eine bestimmte Form von Erwachsenen sein haben. Also du musst aufstehen. Ja, voll. Du musst dreimal am Tag Essen da haben. Du musst alles durchplanen. Es muss alles organisiert werden. Und wenn ich dann wegfahre, um mich mit dir irgendwo auf eine Show zu treffen, dann bin ich ja, das ist ja die Freiheit und mein Urlaub vom Erwachsenen sein. Ich muss dann mal nicht erwachsen sein. Ja. Das ist heute meine Ferien. Genau. Und wenn ich bei dir zu Hause bin, das ist mein Urlaub vom Jugendlichsein. Ich denke mir, ach toll, mal um halb sieben aufstehen. Warum nicht? Ja, weil das ist ja auch Bullshit. Wenn du bei uns zu Hause bist, ist es ja nicht so, als wirst du krass erwachsen. Sondern du stehst auf, wenn ich schon vier Stunden lang wach bin, dann sitzt du grummelig in der Ecke, schreibst noch irgendwelche Kolumnen halbfertig. Mein Sohn versucht mir die zu spielen. Du schiebst ihn in die Küche, schließt deine Tür ab und machst deinen Krams weiter. Und dann gehe ich ins Bad, pinkeln, gucke in den Spiegel und denke, ach Mensch, ich bin auch ganz schön erwachsen. Wenn du zwar bei uns zu Hause bist, du bist ein bisschen so ein bisschen wie der pubertierende Sohn, den ich nie haben wollte. Das stimmt. Aber es kommt auch noch auf dich zu. Stehst du jetzt auf, bitte? Sogar heute hast du mich noch geweckt. Heute, sieben Uhr, du stehst auf der Rasse. Ja, vor allem, weil wir gestern, ich habe ja bei dir zu Hause geschlafen und deine letzten Worte zum Becken war, stellst du einen Wecker. Ja, weil ich wusste so, du bist verantwortungsvoll, du hast jetzt dieses Kind, ich kann mich auf dich verlassen. Ja, aber im Grunde genommen war ich dein Mutterersatz heute. Absolut. Hast du gemerkt, dass ich rübergekommen bin zum Kuscheln? Was ich dir sage, Till, ist, was du brauchst, ist dringend eine Frau. Ich habe da eine Vanessa kennengelernt, die wäre sehr gut für dich. Wohlt im Brandenburger Umland. Ist sehr down to earth. Ist total down to earth. Also sie arbeitet in einer Schlachterei, aber nur halb Zeit. Die andere Hälfte fährt sie so behinderte Kinder zum Kindergarten. So, perfekt. Eine Frau fürs Grobe, aber auch fürs Sanfte. Toll. Emotion und Muskelkraft. Ich möchte eine Frau für mich, die mir Leberwurst macht. Aber selber. Gehst du viel weg in Berlin? Weil das hat gefehlt in unserer Jugend. Also man konnte bei uns zu Hause, es gab so einen Laden, da konnte man so hingehen. Und ich hatte nie Interesse am Weggehen, aber ich meine, irgendwas musst du ja machen. Ich bin kein Clubtyp. Ich habe dann auch gemerkt, gar nicht. Man muss ja da immer tanzen. Und ich habe gemerkt, ich bin auch kein Tanztyp. Ich bin einfach kein Typ. Ich kann mir auch sehr schlecht vorstellen, wie du tanzt und danach nicht Menschen angewidert sich abdrehen. Ja, und ich kann mir das mittlerweile auch sehr schlecht vorstellen. Denn die Empirik wird immer größer. Ne, also gar nicht. Ich gehe da nicht großartig weg. Kneipe oder so. Oder dann halt die vielen Theater und Kinos. Ich gehe oft ins Kino. Das mache ich gerne. Aber so, wir gehen jetzt in den Club. Ich mache das so ein, zweimal im Jahr aus dem schlechten Gewissen. Weil ich mir denke so, bist du jetzt in Berlin, bist du noch halbwegs jung? Mach doch mal. Mach doch mal bei den jungen Leuten. Aber meistens denke ich mir dann auch immer so, ja gut, ich stehe hier. Na gut. Und dann irgendwann tanzt man dann halt so halb verlegen rum. So am Rand. Willst du in Berlin bleiben? Erstmal schon, ja. Willst du Kinder? Erstmal schon, ja. Es ist für dich cool zu sagen, wir ziehen jetzt Kinder in Berlin groß. Weil es gibt ja so Menschen, nämlich 100.000, die das machen. Ja, selbstverständlich. Finde ich überhaupt nicht verkehrt. Ich finde das immer so komisch, dass man ein Leben simuliert, das es nicht gibt für Kinder. Also dieses Leben wird es ja für mein Kind nicht geben, dass es auf dem Land dann groß wird, bis es 20 ist. Warum nicht? Ja, das findet für mich einfach nicht statt. Ich wollte gerade sagen, deine Entscheidung. Richtig. Ja gut, aber später wird ja dein Kind, wenn es jetzt nicht gerade auch auf dem Melkschemel eine Ausbildung macht, auch irgendwann mal in die große Stadt müssen, zumindest zur Schule. Machst du, soll dein Kind zur Schule gehen oder machst du das so? Ich bin mir da auch nicht schlüssig, weil ich der Meinung bin, Schule verdirbt den Charakter. Ich habe überlegt, ich habe wirklich nachgelesen, man kann das selber zu Hause machen mittlerweile. Das ist möglich, das ist erlaubt. Ja, das ist erlaubt, ich kann zu Hause, also vor allem ist es erlaubt, wenn du Künstler bist. Ernsthaft? Ja, weil man sagt, ich muss dann das Kind damit auf Tour nehmen und so. Also ich müsste mich erst scheiden lassen. Ich müsste schon einen Grund haben, alleiniges Sorgerecht. Also ich müsste mich scheiden lassen, dann meiner Frau irgendwie ein bisschen Quack unterjubeln, damit ich das alleiniges Sorgerecht bekomme und dann könnte ich dieses Kind alleine zu Hause unterrichten. Okay, dann bist du endgültig bei Zirkusclown angelangt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Das ist einfach nicht cool. Das ist nicht in Ordnung. Ne, aber auch da, das stimmt schon. Also ich habe auch keinen Bock auf diese Dorfschule. Eben, im Dorf ist das übel. So, das zeigen doch auch die ganzen hier Erdogan. So, alle, alle... Das ist ein weitersprung gewesen hier. Überhaupt kein weitersprung, finde ich. Wir kommen beide aus dem Dorf. Wir wissen, wie die Leute auf dem Dorf sind. Natürlich ist es auch irgendwie nett, diese Dorfgemeinschaft, aber meistens ist es die Hölle. Es ist nicht ohne Grund, Grundlage für so viele Horrorfilme. So irgendwie sieben, acht Gestalten, die sich alle schon kennen von früher und so. Und du kommst in dieses Dorf und wirst angesehen wie jemand, den man ausweiten sollte. So, das ist ja so die Grundstimmung beim Horrorfilm. Und das ist ja eigentlich auch die Grundstimmung im Dorf immer noch. Ja, ist es auch nach wie vor. Und da weiß man, warum die alle Erdogan wählen. Beziehungsweise denen sagen, Diktatur, warum nicht? Lasst uns das ausprobieren. Bei uns im Dorf klappt es super. Das ist doch wirklich so. Die ganzen Bezirke, wo es irgendwie so ländlicher Raum ist, eher Erdogan-Befürworter. Da, wo die Stadt ist, eher nicht. Ja, aber meinst du, ist in Deutschland auch so? Wahrscheinlich schon, ne? Sowas wie AfD ist eher so Dorf. Ja, schon eher. Weil, oh, wir haben hier zwar keine Ausländer, aber wir haben gehört, die gibt das. Und die sollen hier nicht bei uns. Die kommen hierher, zerkratzen uns die Stelle. Ja, genau. Schon eher. Schon eher. Und man muss ja auch sagen, okay, aber hat sich auch nie jemand drum gekümmert. Also, es ist ja wirklich kein sexy Thema zu sagen, wir wollen mal was für die Dörfer machen. Also, das ist so unser Anliegen. Ja, und wer macht das dann? Erdogan macht das. Oder die AfD macht das dann. Oder teilweise auch früher die NPD. Warum hatte die NPD Hochburgen im Osten? Weil sie sich gekümmert haben und Hüpfburgen aufgestellt haben. viel mit Hüpfburgen gearbeitet. Ne, die haben so Dorffeste gemacht. Ja, ich weiß. Irgendwie so, hast du die Dorfgemeinschaft gemacht. Und ja. Das ist bei uns auf dem Dorf, das ist ja auch nicht anders. Also, da ist ja schon, das ist schon einfach, da sind einfach eine Menge Leute mit rechter Gesinnung. Und das ist dann offiziell nicht rechts, weil das ist ja einfach, so ist man da einfach. Das sind auch gar nicht tituliert als Nazi oder als rechts oder sowas, sondern, ja, wir sind hier einfach so. Wir haben hier Tradition im Grunde genommen ist es das. Und das Ding ist ja, du brauchst ja auch keine Toleranz. Also, es wird ja immer so getan, als wäre so, ja, hey, aber wir sind doch, es ist doch gut, irgendwie tolerant zu sein. Nein. Also, es ist ja, es ist nicht hilfreich, auf dem Dorf tolerant zu sein. Wenn man jetzt so ganz egoistisch denkt. Hier in Berlin, ich würde einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich mich immer aufregen würde über die ganzen Ausländer. So, das wäre völlig bescheuert in Kreuzberg. Stimmt, du kannst dich da, wo wir herkommen, drüber Ausländer aufregen, weil du kennst auch keinen. Also, selbst wenn du dich beleidigst, du triffst niemanden, den du kennst, du hast keinen Kontakt zu jemandem. Alle anderen um mich rum sehen das eigentlich auch genauso. Also, das ist eigentlich eher so eine Floskel, meinst du? Ja, und es gibt einem ja auch Kraft. So, es ist ja wirklich schön. Was sind Gemeinschaftsgefühle? Genau, es gibt einem Gemeinschaftsgefühl und auch so, du weißt ja so wenig. Ja, man weiß wenig. Du kriegst ja oft gespiegelt, so über Fernsehen, über Medien, über Internet. Boah, krass, ey, da müsste ich mich jetzt eigentlich mal richtig einarbeiten, aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Das heißt, die ganze Zeit wirst du auf dich selber zurückgeworfen und dann einfach zu sagen so, ah, wisst du was, naja, Syrer halt. Rollst mit den Augen alle auch so, naja, Syrer. Keine Ahnung, was da mit dem Krieg passiert ist. Keine Ahnung, wie viele Kriegsparteien es da gibt. Auf welcher Seite man stehen sollte. Wie mischen sich die USA ein wie Russland. Keine Ahnung, du sagst einfach, Syrer halt. Und du hast recht. So, Recht haben fühlt sich schon mal gut an. Und dann noch zu sagen, okay, wir sind ein bisschen besser. So, das ist ja schon eine, das ist ja Kultur, es ist ja nicht so richtig. Und wenn ich dann hingehe und denen sage, ja, seid doch mal tolerant, ist es so, ja, ich muss voll viel dafür aufgeben. So, dieses gute Gefühl ist weg. Dann müsst ihr mir ein anderes Gefühl dafür geben. Ja, genau. Und das ist das Ding. Auf der anderen Seite klappt es ja. Auf der anderen Seite klappt es in ganz vielen Dörfern, die so gegen Flüchtlingsheime sind. Die werden dann trotzdem gebaut. Und nach einem Jahr fragst du nochmal nach. Und weit über die Hälfte sagt, ja, jetzt im Nachhinein, alles nette Leute, oft beim Grillfest gewesen, eigentlich ganz nett hier. Zum Beispiel. Und das ist halt krass. Bei uns in der Kleinstadt, da wo ich quasi herkomme, sind natürlich auch eine Menge Flüchtlinge aufgenommen worden. Und einer von denen dachte sich, was soll ich jetzt machen? Ich mache so ein syrisches Restaurant auf. Das heißt, das ist das erste Mal, dass es ein syrisches Restaurant im Umkreis von 120 Kilometern gibt. Extrem geil. Und das ist der Shit. Das ist in Schleswig-Holstein. Ja, das ist von Anfang an, ich glaube nach fünf Tagen Eröffnung, war das das beste Lokal, das es im Umkreis von Kilometern gab. Und auf einmal meinten alle, sag mal, die sind eigentlich alle ganz okay, oder nicht? Ja, das ist natürlich fantastisch. Also, es sind schon viele Leute, die zum ersten Mal diese Menschen kennenlernen und dann merken, ah, shit, jetzt kann ich auch gar nicht mehr weiter die Kacke finden. Und dann müssen sie sich was Neues suchen. Du brauchst ein Ersatzgefühl für diese Leute. Genau. Du brauchst ein Ersatzgefühl, das kann irgendwie so ein Kegelclub sein, Sportverein sein, irgendwie sowas. Aber das muss schon doll sein. Nichts ist so, das ist so, ich glaube, emotionales Fast Food. So Vorurteile und Hass, so ist halt so, du weißt es nicht gut, aber es schmeckt so gut. Das ist so, es ist nicht schlecht. Hast du das hier, merkst du das hier in Berlin? Hast du auch so Vorurteile, die du bestätigt oder quasi widerlegt bekommst? Also, ich hatte hier mal so eine, ich hatte tatsächlich mal so eine Situation. Ich habe auch in Friedrichshain gewohnt und in Friedrichshain verkaufen viele Leute Drogen. Und es sind, sie haben immer schwarze Haut. So, sie sind schwarze. Und ich bin da jeden Tag vorbeigekommen am R-W-Gelände. Das ist ein offenes Geheimnis. So, da werden Drogen verkauft. Und ich bin da jeden Tag... Das ist auch mal als Tipp für alle Hörer unter 18. Und damit waren sie raus. Nein, weil es ist wirklich so, auch oft in den Medien und so, ist wirklich ein offenes Geheimnis. Und so, da läufst du immer vorbei und wirst dann immer gefragt. Und ich war so darauf geprimed, dass ich irgendwann im Zug war und mir kam ein Schwarzer entgegen. Und er wollte mich was fragen. Und ich habe schon so eine abwehrende Handbewegung gemacht. Habe dann gemerkt, wow, was machst du denn hier gerade? Weil ich dachte so, der fragt mich nach Druck. Nee, 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 Moment, Moment, Moment. Ganz anderer Kontext gerade. Und er hat gefragt, wohin der Zug fährt. Ja, und da habe ich gemerkt, wow, ist einfach schnell. Nee, aber das stimmt. Ja, man stolpert über so Sachen. Ich habe das tatsächlich andersrum. Ich nehme das, weil ich sehr darauf geachtet habe. Ich nehme das meistens so wahr, dass so arabische ältere Herren und dass jüngere arabische Herren in der Anwesenheit von arabischen älteren Herren sehr viel höflich sind. Also wirklich zuvorkommende nette Leute. Und das ist bestimmt, das ist mein, das ist ein positives Vorurteil, das auch sehr viele Ausnahmen natürlich hat. Aber wenn man mal darauf achtet, ist das tatsächlich so? Zum Beispiel hier in der U-Bahn oder in der S-Bahn sitzt oder auch in Hamburg oder egal, auch in Bremen. Wenn irgendwo eine Tasche runterfällt, die Leute, die hier hinlaufen, um diese Tasche aufzuheben, sind meistens junge, arabisch aussehende Männer. Ja. Die aber in Begleitung sind von älteren arabischen Männern. Ah, okay. Meine neue Theorie ist, dass diese Vorbildfunktion da noch viel größer ist. Dass du versuchst, deinem älteren Gegenüber positiv zu erscheinen, indem du ein netter Mensch bist. Ja, okay. Ich habe null empirische Beweise dafür, dass es nur meine subjektive Befassung war. Nee, genau, aber es ist eine schöne Vermutung. Das ist der Unterschied. Ja, oder es ist positiver Rassismus im Grunde genommen. Eigentlich schon, ja. Und das brauchen wir mehr. Das ist schön, ja. Weil das musst du ersetzen. Du musst diesen negativen Rassismus ersetzen mit positiven Stenotypen. Nee, das ist genau das Falsche, glaube ich. Das ist genau das Falsche, wenn man so schnell ertäuscht wird. Zum Glück haben wir keinen Bildungsauftrag. Oder? Das ist so furchtbar, wenn man dann sagt, nee, die sind alles gute Menschen. Nee, achte mal auf die Hautfarbe. Wenn die ein bisschen dunkler ist, meistens bessere Menschen. Achte mal drauf. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist echt Bullshit. Ich weiß, aber es ist besser als das Gegenteil. Es funktioniert überhaupt nicht. Es hat auch noch eine Menge Ausnahmen. Aber das darf zum Beispiel, habe ich irgendwann gesehen im Internet, haben sie dann so nach Anschlägen, haben sie Leuten eine Farbpalette gezeigt. Von weiß bis schwarz. Und gesagt, nach ihrem subjektiven, ehrlichen Wahrnehmung, aber wann ist es für sie schlimmer bei der Hautfarbe der Opfer? Und die Antworten waren relativ realistisch. Und es war auch klar, dass die Menschen gesagt haben, also ich bin ganz ehrlich, das klingt furchtbar, aber je weißer, desto mehr berührt mich das, weil ich bin weiß. Und ich habe festgestellt, bei mir ist es genau andersrum, weil ich bin so aufgewachsen mit diesem linken, schlechten Gewissen der Welt gegenüber. Je schwerer das Opfer, desto mitfühlender bin ich. Je weißer das Opfer, desto mehr denke ich von, ja gut, aber irgendwie haben wir es auch verdient. Oh mein Gott. Du bist wirklich der, ich glaube, das ist wirklich die Hassfigur eines jeden AfD-Wählers. Du bist genau das linksversiffte Alt-68er-Deutschland, dass sie denken, dass alle Menschen verkörpern, die nicht AfD wählen. Ja, und das ist eigentlich am Ende genauso schwachsinnig, so wie die ganzen Leute sagen, prinzipiell Ausländer sind scheiße, sag ich, prinzipiell sind Weiße erst mal Kacke. Und wenn du nicht von hier kommst, bist du auf jeden Fall, hast du weniger Blut an den Händen, es sei denn, du kommst direkt aus dem syrischen Krieg, dann haben viele Menschen wahrscheinlich Blut an den Händen. Aber moralisch gesehen ist es besser, nicht weiß zu sein. Und das liegt gar nicht daran, dass ich, dass ich, dass ich das, das ist meine Erziehung im Grunde genommen und so, wie ich mich selbst sozialisiert habe. Ja. Weil ich habe mir alles angeguckt an Arte Dokumentation, habe dann jede Nacht geheult, weil ich dachte, oh, die Welt ist furchtbar. Und das habe ich bis heute mitgenommen. Schön. Positiver Rassismus, das ist das, was ich hier propagieren möchte. Das ist schön, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie kommen wir jetzt davon wieder auf, ähm, Felix Lobrecht ist ja auch weiß. Ja, aber ich glaube, er war tatsächlich eine Minderheit bei sich im Kiez und bei sich in der Schule. Weil er in Neukölln aufgewachsen ist und damals war das einfach, glaube ich, immer noch so. Das ist häufig noch in Schulen so, in Neukölln. Also ich glaube, das ist das große Problem so, es gibt irgendwie, es gibt so ein leichtes Übergewicht vielleicht von türkischstämmigen Leuten und dann sagen viele deutsche Eltern, nee, da schicke ich jetzt aber mein Kind nicht hin. Ja, das ist in Hamburg ganz extrem. Genau. Und dadurch entsteht das dann so, dass einfach Klassen 95 Prozent Migrationsanteil haben und Klassen gibt. Also es ist wirklich so segregationistisch. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Richtig, genau. Ich habe dir dieses Buch geschrieben über die AfD und im Zuge dessen hat mich dann auch mal eine Journalistin interviewt und gefragt, ja, was würden Sie denn machen? Also würden Sie Ihr Kind auf eine Schule schicken, wo Sie wissen, das Kind ist der einzige, ist das einzig deutsche Kind. Ja. So in der Klasse. Und ich habe dann wirklich sehr lange überlegt und habe gesagt, ja, ich würde es zumindest probieren. Wenn es dann furchtbar wäre, dann würde ich ja nicht, um zu zeigen, wie toll und tolerant und super open-minded ich bin, mein Kind leiden lassen für meine politische Ansicht. Nein, natürlich nicht. Aber der Punkt ist, das ist ja auch wirklich so ein Klischee. Ich meine, ich war jetzt, ich war eine Zeit lang in so zwischen 30 und 40 verschiedenen Schulen in Hamburg. Gerade auch so Stadtteilschulen und so Hauptschulen und als es es damals noch gab. Das ist sehr oft die Schule gewechselt, ne? Ich habe da gearbeitet und also da war auch der Ausländeranteil sehr hoch. Das muss man aber auch sagen, dass es da in dem Kreis war meistens die Nationalität gänzlich zweitrangig, sondern es gab einfach coole Kinder und es gab nicht so coole Kinder und relativ viele von diesen nicht so coolen Kindern waren deutsch, überhaupt keine Frage. Und die haben auch gelitten, so. Aber ich stand in dieser Klasse jeweils eine Woche und habe den quasi mit denen Unterricht gemacht, den ganzen Tag über. Und spätestens Mittwoch habe ich auch gedacht, sag mal, dieser Sebastian, ne? Der geht mir tierisch auf den Sack. Ja. Und hat mich im Grunde genommen nur noch mit Achmed unterhalten, weil der Typ war einfach cool und Sebastian nicht. Das ist dein positiver Rassismus. Du kannst dich doch nicht von dieser Stimmung, hast du mit auf dem Schulhof gestanden und ihn gehänselt. Zwei Wochen später und es wäre passiert wahrscheinlich. Ich habe dich einfach ignoriert. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das liegt extrem an dieser Klassendynamik. Wenn es ein Lehrer schafft, da irgendwie das gut zu machen und nett für alle zu machen. Ja, es geht halt um den Charakter der Kinder und es geht eigentlich darum, woher die kommen oder wer die Eltern gekommen sind, sondern einfach, ist das ein cooles Kind oder nicht? Ja genau, aber auch da, die Versuchung ist da, glaube ich. Die Versuchung ist da, zu sagen, ach komm, wir sehen ähnlich aus, wir kommen aus einem ähnlichen Kulturkreis oder unseren Eltern oder unsere Großeltern. So, lass mal zusammen tun. Ich glaube, das entsteht erst, wenn man sich denkt, irgendwie werden wir hier scheiße behandelt oder irgendwie bin ich unzufrieden. Ja genau, wenn du es nicht schaffst, das zu etablieren, dass einfach alle Menschen oder alle Kinder einfach alle Kinder sind, sondern wenn du es selbst in der Schule immer noch Nationalität so eine krasse Rolle spielt. Und das ist klar, das kommt auch von zu Hause, aber es passiert ja auch in der Schule. So, zwei Sachen dazu. Zwei Sachen zur Reformierung des Schulsystems, Moritz. Ganz im Moment, wir wollten eigentlich, wir wollten so einen lustigen Podcast aufnehmen. Jetzt sind wir hier schon seit einer halben Stunde und diskutieren über die großen deutschen Integrationsthemen. Ich versuche einfach, dieses komische positive Rassismus-Ding von dir ein bisschen aufzufangen. Kriegst du ihn nicht? Habe ich in den letzten 15 Jahren etabliert, kriegst du ihn nie wieder raus? Ja, ich glaube auch. Aber darf ich die sagen? Aber zumal ich mein Kind an, damit ich ihn sympathischer finde. Ich meine, Blackfacing, nicht okay, aber jetzt so privat. Nur privat mit dem eigenen Kind, völlig okay. Eigentlich ist das nur der Versuch zu gucken, wie weit wir gesendet werden. Zwei Sachen zur Reformierung des Schulsystems, Moritz. Wir können, ich kann auch... Gott, erzähl. Nein, das ist gar nicht so, das klingt staatstragender, als ich es meine. Warum gibt es immer noch kein Unterricht in Medienkompetenz? Das ist doch jetzt die Quittung, die man hat mit Fake News, dass Facebook allen Ernstes schreiben muss, ja, also wenn jetzt hier was durch die Timeline kommt, das ist halt nicht der Staatsfunk, der das gerade ausgibt. Vielleicht prüft ihr das vorher nochmal nach. Vielleicht nochmal eine andere Quelle, Stichwort Quelle. Da gibt es verschiedene. Es gibt verschiedene Meinungen. Es ist nicht die pure Wahrheit. Das ist doch eine Konsequenz davon, dass Kinder, Jugendliche nie gelernt haben, mit Medien umzugehen. Natürlich haben die intuitiv gelernt, etwas zu bedienen, aber nie, ja okay, wie filter ich jetzt Nachrichten eigentlich. Natürlich, klar. Und du nutzt Medien acht Stunden am Tag. Wie oft nutzt du binomische Formeln am Tag? Never, ever. Ja, das ist gut. Natürlich, natürlich brauchst du Medienkompetenzunterricht. Also ich finde das so klar. Du musst auch lernen, so okay, wo stehen Zeitungen? Wie entstehen Zeitungen? Wo sind die ungefähr politisch verortbar? Wie wird man Journalist? Wie wird das eigentlich gemacht? Wie wird Fernsehen gemacht? Was ist Schnitt? Was heißt Schnitt? Was kann man alles machen durch einen Schnitt? So, warum wird das nicht gemacht? Und das Zweite ist, und da sind wir beim Stichwort Rassismus, warum wird nicht, und du kennst vielleicht auch dieses Video, wo eine Lehrerin die Klasse einteilt in Braunäugige und Blauäugige. Und dann sagt, die Braunäugigen sind jetzt mal die Chefs und die machen das eine Woche lang durch. Ist so ein bisschen wie bei die Welle. Bissen die Welle, ja. Genau, und irgendwann ist es dann wirklich so, dass die Braunäugigen die Blauäugigen schlagen und es gibt eigene Parolen und so und die Blauäugigen fühlen sich wirklich schlecht und scheiße. Und werden auch in der Schule schlechter, also schulische Leistungen schlechter, einfach nur, weil es gesagt wird, als selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann wird es umgedreht und dann sind die Blauäugigen die Chefs und am Ende dieser zwei Wochen sagt die Lehrerin dann irgendwann, sieht er, und das ist Rassismus, so funktioniert Rassismus. Jetzt reden wir mal darüber, wie habt ihr euch gefühlt und so weiter und so fort. Und warum bringt man das nicht Kindern standardmäßig bei? Warum macht man nicht standardmäßig Rollenspiele, um zu zeigen, guck mal, so schnell geht Rassismus. Fände ich doch so, einfach nur diese zwei Neuerungen würden so viel ändern. Du meinst ja aber auch die Art und Weise der Schule zu ändern, aber dann müsstest du auch die Ausbildung der Lehre ändern und dann müsstest du da, insgesamt müsstest du, du müsstest halt diesen Riesenklotz an Schulsystemen, was es gibt, komplett auswechseln mit einem neuen Klotz an Schulsystemen, der besser ist. Das ist einfach zu aufwendig, sind wir mal ganz ehrlich. Ja gut, aber du kannst doch dann Bio dafür streichen zum Beispiel. Klar, also ich habe Chemie nach zwei Tagen entschieden, ach, ich kann das abwählen, bevor die Note zählt. Ja, ich glaube, ich komme nicht. Genau. So, oder Mathe, ich bin mal ganz ehrlich, so bis 9. Klasse habe ich mir das noch gefallen lassen, aber dann, wo du nur mit Buchstaben rechnest, also das ist ja wirklich Quatsch. Also das braucht ja wirklich gar keinen Mensch. Überhaupt. Nee, genau. Für Leute, die da richtig Bock drauf haben, gibt es die Mathe-AG nachher noch, da kann man sich nochmal zwei Stunden nachholen, was man da alles Cooles machen kann mit den Buchstaben. Gerne, aber das ist doch nicht das, was relevant ist. Ja, das stimmt. Vielleicht rufst du mal bei Merkel an. Das ist auf so einen Stammtisch. Ja, genau. Da habe ich das letzte Mal gehört. Könntest du einfach mal die Merkel anrufen. Könntest du einfach mal sagen, wie das hier aussieht. Ja, klappt nicht. Die da oben machen, was sie wollen. Ja, genau. Ich glaube, es wäre wirklich nicht so schwierig. So, es gibt einfach Medienkompetenz oder einfach mit ein Ländesgesellschaft oder so und dann wird nur sowas gemacht. So, wie komme ich im Leben klar? So, das war mein Name, mein Name, mein Name, mein Name, mein Name, mein Name ist Tvira Reinhardt. Wählen Sie mich. Das war so, wenn der nächste Bundestagswahl. Ja, da lief ernster Schwank. Ja, aber ich, ja, mich regt es so auf, weil es irgendwie so, das ist seit 10, 15 Jahren so. Ich merke das, mein Liege, wir haben jetzt irgendwie 10 Uhr 21 und du rachst es hier völlig aus. Ja, langsam wirkt der dritte Kaffee einfach. Ja, du solltest auf jeden Fall mehr früh aufstehen und müssen über die Welt nachdenken. Oder? So können wir ein eigenes Format für launchen. Ja. Wir können jetzt ein bisschen das machen, was, wie heißt denn dieser dicke, glatzköpfige... Kristall. Jones. Bla, 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 Jones in den USA. Helmut Kohl. Dieser Typ, dieser Verschwörungstheoretiker mit diesem krassen rechten Blog und dieser Internet-Radiosendung. Ach so, ja stimmt, der hat auch so einen Radiosender, ne? Ja, sowas müsstest du machen, ja, aber halt so Foxy. Linke Hetze. Das ist so dein positiver Rassismus. Das ist für mich positiver Rassismus, ist linke Hetze. Ja, ich will aber auch nicht genauso sein, wie die AfD einem Vorwurf zu sein. Ja, aber darüber reden wir nächstes Mal. Ich habe mein großes Konzept, das ich in der Hinterhand habe, dass ich immer ein bisschen pitchen werde. Das willst du ein bisschen pitchen? Ja, wirklich. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee. Ich habe mir da auch so ein Modell ausgesucht. Okay, schaffen wir doch. Pass auf. Was ich sagen möchte, ist, in der Mitte sind Leute. Das ist die gesellschaftliche Mitte. So, und die interessieren sich einen Scheiß für Politik, weil warum sollte man sich dafür interessieren? Uns geht es ja gut. Genau, dafür gibt es links und rechts Leute, die versuchen, die zu einer Wahl ohne zu bringen. Und links ist jemand, und der ist links, nach diesem politischen Spektrumsbild, und der versucht natürlich möglichst, alles was er sagt, muss am besten fundiert sein, und da brauchst du eher Studien zu, und du willst niemandem auf den Schlips treten, du passt genau auf, was du sagst, du brauchst möglichst viele Argumente, und schreibst so einen 18-seitigen Artikel darüber, dass du diesen Punkt vertreten möchtest. So, das ist links. Und rechts steht jemand, der brüllt, ja, war Ausländer-Clown. So, und damit erreichst du, damit erreichst du erstmal, weil Leute denken, gut, das muss ich mir nicht durchlesen, dass Ausländer-Clown sind drei Worte, du kannst mir merken, da erreichst du von der Mitte schon mal so einen ganzen... Ausländer-Clown sind zwei Worte. Aber sie würden denken, das sind drei Worte. Ja, das sind halt Leute, die rechts wählen. Ja, auf jeden Fall. Ja, prima, da haben drei Worte. Ja. So, und was ich meine mit linker Hetze ist im Grunde genommen, dass du quasi so ein Verbindungsglied zwischen dem Typen, der voll Ahnung hat und Argumente und sowas, und der Mitte, stellst du jemanden, der ruft linke Parolen im Grunde genommen, wie Ausländer-Clown nicht, alle Ausländer sind schön, sodass sie dort hingucken und denken, what, das kann ich ja so nicht glauben. Und über diesen linken Hetzer kommen sie dann quasi auf die Information von dem richtigen Linken. Ich sehe deinen Punkt. Und da sehe ich meinen Job. Ja. Ich brülle meine Meinung irgendwo hin, die für mich fundiert ist. Ja. Und Leute bilden ihre eigene Meinung, weil sie entweder denken, oh, das stimmt, ich gucke mir nochmal näher an, oder sie denken, oh, er wird schon Recht haben, oder sie denken, das ist doch Schwachsinn, und lesen dann nach, und ein Teil von denen merkt dann, dass ich Recht habe, oder eben nicht, ist ja auch egal. Hauptsache, die fangen an, sich für so Sachen zu interessieren. Ich glaube... Was meine ich mit linke Hetze? Verstehe ich, finde ich, ist ein guter Punkt. Das ist ja tatsächlich, das ist ja wirklich häufig das Problem. Links ist immer super kompliziert. Und das klingt besser als positiver Rassismus. Absolut. Aber ich glaube, du musst dann, wenn, mit negativen Parolen arbeiten. Man hört immer mehr hin, wenn es negativ ist. Also wenn du sagst, ich mag Ausländer, ist es so, boring. Aber wenn du dieses... Fuck Nazis, so, oh, okay, spannend. Ja, aber das war auch schon so abgelutscht. Ich weiß, es war jetzt nur, es war jetzt sehr klischeehaft und so, das ist wirklich ein bisschen durch, aber vielleicht findet man was anderes. Ja, das hat doch nie geklappt, dieses, oh, wir sind gegen den Kapitalismus. Ja, Diggi, such dir einen Job, Hippie. Ja. Ich finde auch diese Parolen so schwachsinnig. Bei dir an der Haustür ist ein Aufkleber, an dem steht, make peace, not wall. Das ist nicht bei mir an der Haustür. Also an so einer Wohnungstür, so bei dir im Hausflug. Ich habe nicht mehr hingegangen. Was ist das für eine, was ist das erstens für eine Forderung und zweitens, was will man damit erreichen? Wer glaubt wirklich, dass man das an der Wand schmiert? Und dann fährt Putin vorbei und merkt, ach so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, stimmt, wir sollten alle Frieden schließen. Also diese ganzen großen Parolen, finde ich auch so schwachsinnig. Ja, ich habe das Gefühl, das ist aber so eine Distinktionssache. Also, dass man weiß, ah, hier wohnen Leute, die sind so. So, und dann weißt du, ah ja, ich wohne im Haus, die sind so. So, die stricken viel, die schlafen gerne mal länger aus. Das ist schon mehr mein... Riecht viel nach Marihuana im Hausflug. Riecht viel nach Marihuana, aber ist cool. Eher sonnlich. Vielleicht sollten wir uns so einen Gast mal einladen, jemand, der so ist. Wir brauchen nämlich, wir brauchen ja noch mehr Gäste. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Finde ich auch. Einmal finde ich, dass Leute jetzt, wenn die das hören, auf Facebook uns Gäste vorschlagen können, die wir versuchen, hierher zu locken. Ja. Nee, nicht jemanden, der kifft, sondern jemand, der wirklich so von so einer bestimmten Meinung so krass überzeugt ist. Weil das sind, das sind diese, das ist ja genau dieses Klischee vom linksversifften grünen Gutmenschen, der einfach genau wie ich blind seine Meinung hat und einfach versucht, möglichst wenig, möglichst wenig andere Meinungen an sich ranzulassen, damit er diese wunderschöne Meinung, die ihm persönlich weiterhilft, nicht zu verwässern. So jemanden bräuchten wir. So eine kleine Berühmtheit, die so ein bisschen politisch auch ist. Also Christian Lindner? Oder ist ihr zu unpolitisch? Zu alt für das Format. Ja. Nee, weißt du, wir brauchen so ein paar Vorschläge ein. Und wir brauchen so wiederkehrende Elemente in dem Podcast. Ja, Kategorien. Ja, genau. Und ich möchte gerne, dass es nicht so ist, dass du 20 Minuten über ein ernstes Thema redest. Vielleicht könnten wir das als beste Kategorie nicht etablieren. Die ernsten 20 Minuten mit Till Reiners. Ja, weiß ich nicht. Das halt nicht. Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee. Okay. Ja, wir können auch gerne was Lustiges nehmen. Ist okay. Ich bin breit aufgestellt. Ich weiß, ja, weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken. Wir machen es auch noch ein paar Mal. Leute, ganz im Ernst. Hört euch dieses Ding einfach einmal die Woche an. Wenn jemand eine Gastidee hat, schickt uns das rum. Wir haben Facebook. Moritz Neumeyer, Till Reiners, Talk ohne Gast. Wir hören uns. Talk ohne Gast. Wir hören uns.